Moin Moin oder Gute Nacht oder irgendwas in die Richtung. Es wird ein Nachtvideo. Ganz, ganz kurzer Reminder nur an euch. Soweit man Läuten hört, kommt ja wohl diese Woche nochmal ein Aufgabenevent. Ab Donnerstag anscheinend. Ob oder ob nicht, werden wir dann sehen. Aber für alle Fälle, schaut, dass ihr euch gut vorbereitet. Und Vorbereitung bedeutet in dem Fall vor allem Schmelzöfen. Also diese Schmelzöfenaufgaben, ja, mit einem Superschub könnt ihr die einigermaßen gut erledigen. Aber es ist trotzdem immer langwierig und nervig und man kann die super vorbereiten. Wenn ihr fünf Schmelzöfen habt, ist es natürlich super easy. Für jeden Schmelzofen einen Barren und dann einfach vorproduzieren. Ich habe in dem Fall jetzt sogar zweimal vorproduziert. Sprich, ich kann jede Aufgabe zweimal erfüllen, wenn sie kommt. Es werden ja in der Regel vier Barren abgefragt. Und dementsprechend dürfte ich da gut eingedeckt sein. Wenn ich Muße habe, mache ich vielleicht noch eine dritte Runde rein. Wer weiß das schon. Ansonsten, was ebenfalls noch wichtig ist in der Vorbereitung, was halt auch sehr viel Zeit kosten kann, wenn man es nicht vorbereitet hat, sind die Geschichten Hummer und Enten. Es war mal eine Zeit lang so, dass vier abgefragt worden sind. Vier Hummer beziehungsweise vier Enten. Ich glaube, ich hatte sogar mal fünf. Fünf, bin nicht sicher, aber vier auf jeden Fall. Zuletzt war es aber so, dass immer nur einer abgefragt worden ist. Aber wie dem auch sei, ich persönlich gehe da lieber auf Nummer sicher und habe vier vorbereitet. Sprich, ich habe mindestens vier Enten fertig. Ich habe mindestens vier Hummer fertig. Und zwar nicht nur da fertig, sondern auch fertig in meinem Teich zum Abholen. Natürlich jetzt noch ein bisschen früh bei mir, aber besser zu früh als zu spät. Ich habe hier meine vier Hummer. Ich habe sogar fünf, meine ich. Dann habe ich hier noch eine Ente und da oben noch zwei Enten. Und wo ist die letzte Ente? Habe ich meine Ente verloren? Nein, da ist die letzte Ente. Genau, vier Enten habe ich vorbereitet. Die Hummer sind vorbereitet und zwar sowohl in den Maschinen als auch im Teich. Ist alles soweit parat. Schaut, dass ihr ein paar Angelhaken habt, denn auch Angeln kann natürlich wieder kommen als Aufgabe. Wobei das ja dann, das ist relativ schnell erledigt. Aber trotzdem, wenn es da vorbereitet ist, tut man sich einfach leichter. Ansonsten Maschinen vorbereiten. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal eben meine Scheune füllen. Sonst kann ich euch das nicht zeigen. Meine Scheune ist nämlich nicht voll. Ausnahmsweise mal nicht voll. Wie kriegen wir die denn nur schnell voll hier? Mal schauen, ein paar Sachen bei den Tieren haben wir ja noch einzusammeln. Da dürften wir ziemlich gut rankommen. Dann füttern wir noch eben schnell hier. Da kriegen wir noch irgendwas ab. Das reicht... Oh, nein, 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 keine Meerschweinchen. Das reicht aber nicht. Was haben wir da noch? Die Tiere füttern wir nicht, aber die Vögel können wir mal wieder füttern. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also Vögel füttern ist bei mir so ein ganz unleidiges Thema. Ich weiß auch nicht. Ich habe dann die Lust zu. Pferde, die kriegen auf jeden Fall was. Da soll keiner verhungern. Ja. Was, wie heißt du? Lucy? Ja. Also eigentlich heißt du Lucy und nicht Lucy. Ich weiß nicht mal, wie ich meine eigenen Tiere genannt habe. Auch wieder ganz, ganz schlecht. So, was haben wir da jetzt? Zehn Stück fehlen noch. Ich sammle in dem Fall jetzt einfach hier mal ein bisschen Zucker ein. Gar kein Problem. Okay, also Maschinen vorbereiten heißt in dem Fall in den Maschinen am besten immer in Dreiergruppen vorbereiten. Also, was weiß ich, drei Maisbrot, vier Kekse. Vier Kekse und vier Maisbrot. I'm sorry. Ich glaube, ich glaube, Maisbrot ist auch vier. Also vier Kekse, vier Maisbrot. Ansonsten sind es in der Regel drei Produkte, die abgefragt werden. Marmeladen natürlich in der Vorbereitung immer gut, aber da ist es super schwierig. Marmeladenaufgaben bringen wenig Punkte und egal, wie ihr die vorbereitet, es ist ganz oft so, dass einfach genau die andere Marmelade dann eben abgefragt wird. Also die, die ihr eben nicht produziert habt. Ich mache jetzt trotzdem mal ganz kurz hier die drei, weil ich da sowieso keine mehr habe. Dann machen wir hier noch zwei und ich muss da endlich mal einen weiteren Platz machen. Ich brauche den zwar so nicht, aber jedes Mal beim Event stört es mich, dass ich keine zwei Dreiergruppen vorbereiten kann. Okay, das auch. Im Übrigen dann auch sehr gut für das Event, wenn ihr bei den Maschinen irgendwie Dreiergruppen freigeschaltet habt. Das lässt sich einfach leichter vorbereiten. Es gibt diese Viererausnahme-Pferde, ja. Aber es sind aber eher wenige. Der Soßenmacher ist bei mir so eine Maschine, die bereite ich nicht vor tatsächlich. Sojasauce ist natürlich ein bisschen nah, wenn die Aufgabe kommt. Aber alle anderen Sachen gehen eigentlich so schnell, dass ich die nicht vorbereite, sondern dass ich die Maschine lieber so nutze, wie ich sie in dem Moment dann gerade brauche. Das Gleiche gilt für die Honigschleuder. Auch da arbeite ich eher aktuell. Momentan bin ich da komplett pleite, weil das eigentlich relativ schnell geht. Aber ansonsten, wenn ihr Honigschleuder vorbereiten wollt, dann fünfmal Honig beziehungsweise viermal Bienenwachs ist meine ich die Anforderung. Genau. Hier ist es so, dass ich in der Regel durch den Farmpass die Erweiterung habe. Wenn ihr den nicht habt, ist das aber auch kein Weltuntergang. Und ich bereite dann alles im Wechsel vor. Also ich mache dann viermal braunen Zucker und viermal Sirup oder viermal weißen Zucker und viermal Sirup. Auf jeden Fall schaue ich, dass der Sirup drin ist. Denn wenn die Aufgabe kommt, ist es leidig, den Sirup nochmal zu machen. Das sind einfach viermal 1,16. Da hat niemand Lust zu. Kann man machen, hat man aber keine Lust zu. Und auf die Art und Weise könnt ihr euch die Maschinen einfach ein bisschen vorbereiten. Ihr könnt es natürlich auch weiter vorbereiten. Also ihr könnt ja nicht nur eine Ladung machen, ihr könnt ja mehrere Ladungen machen. Das ist ja völlig wurscht, wenn ihr die Sachen schon davor liegen habt, wie das jetzt bei mir hier bei einigen Maschinen der Fall ist, wie hier beim Teestand. Ich kann ja jetzt trotzdem weiter produzieren. Ich muss natürlich immer nur darauf achten, dass meine Scheune weiterhin voll bleibt, damit ich nichts einsammel, was da davor steht. Also wir haben hier Honig, aber nur zwei, dann Orange, Granatapfel und da hinten ist Milchtee. Das heißt, den haben wir nicht drin. Das sind jetzt nur Produkte aus dem Silo. Den kann ich einfach reinwerfen. Da passiert nichts mit meiner Scheune. Hier haben wir Eistee. Das ist auch nur Silo. Den kann ich auch einfach reinwerfen. Das sind die besten, weil es unproblematisch ist. Unproblematik? Nichts gut Deutsch. Unproblematisch ist. Also gerade diese Silomaschinen, die sind da schon super angenehm. Man muss aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Manchmal fällt man da auch einfach drauf rein und hat ein Produkt, das nach Silo aussieht und dann aber trotzdem irgendwas aus der Scheune beinhaltet. Hier haben wir Saft. Was haben wir denn da? Kirsche und Traube ist vorbereitet. Dahinter scheinbar nichts mehr. Man sieht natürlich nicht alles, was vorbereitet ist. Je nachdem, wie viel drin ist. Was klicke ich denn da nur immer rum? Da können wir mal ein bisschen den hier reinmachen. Karottensaft wird fünfmal angefragt. Also bei den Säften ist es total wirr. Manche werden fünfmal angefragt, manche werden viermal angefragt. Ich glaube, es gibt sogar welche, die dreimal angefragt werden. Ganz sicher bin ich aber nicht. Granat, Apfelsaft, Mangosaft. Was habe ich denn davon schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach mal vier Mangosafte mit rein. Ich habe die Mangos gerade da. Und dann habe ich die auch vorbereitet. Also ja, wie gesagt, belegt euch die Maschine ein bisschen vor. Schaut, wenn ihr irgendwas produziert, dass ihr die Scheune voll habt. Wenn ihr weiter produzieren wollt, wenn ich jetzt hier was reinlege, man sieht es hier, ich brauche einmal Zucker, zweimal Sahne. Das heißt, jetzt im Moment habe ich drei freie Plätze in der Scheune. Wenn ich das Produkt jetzt wieder reinziehe, dann sammle ich im gleichen Zuge das Produkt bereits ein. Also das, was als nächstes da liegt, was in dem Fall das gleiche Produkt ist. Super ärgerlich. Super ärgerlich. Und damit das nicht passiert, einfach irgendwas anderes einsammeln, was auch immer ihr gerade habt. Ich habe nichts, was ich gerade einsammeln kann, weil ich gerade alles voll gemacht habe. Ungünstig. Wo können wir denn da mal hin? Was können wir denn einsammeln? Ähm, ach so, wir können Zucker einsammeln. Ja. So, dann sind wieder drei Zucker drin und ihr könnt einfach das nächste wieder reinlegen. Natürlich habe ich die jetzt schon vorbereitet und an sich brauche ich die jetzt nicht unbedingt reinzuwerfen. Das wäre wahrscheinlich besser, was anderes reinzuwerfen. Aber dadurch, dass ich davon gerade so wenig habe, nehme ich die jetzt einfach und dann kann man zum nächsten Produkt gehen. Da sind es drei Speck, die wir brauchen und ein Öl. Das heißt, wir machen uns sogar vier Plätze in der Scheune frei, die wir auffüllen müssen, bevor wir hier weitergehen. Ähm, mal schnell schauen. Das machen wir nochmal und dann noch ein einziges Mal. Dann haben wir die Maschine auch wieder belegt. Was sich auch sehr, sehr gut eignet. Also zum Auffüllen der Scheune, wenn ihr die immer wieder auffüllen müsst. Ihr könnt Zucker nehmen, weil ihr den sowieso immer wieder zum Produzieren braucht. Ihr könnt Molkereiprodukte nehmen, die ihr immer wieder zum Produzieren braucht. Ihr könnt Brot gegebenenfalls nehmen, falls ihr das produziert habt. Genauso hier die Nudeln braucht ihr immer wieder. Auch da ist im Übrigen, falls die Nudelaufgabe kommt, fünfmal frische Nudeln und viermal Reisnudeln. Das sind die Anforderungen, die bei den Aufgaben kommen. Die bereite ich auch immer in der Kombination vor. Das passt gut zu den neuen Plätzen, wenn man die freigeschaltet hat. Ansonsten ist ein schnelles Produkt, kriegt ihr auch so hin. Genau, damit könnt ihr euch die Scheune wieder füllen. Ihr könnt euch die Scheune füllen mit euren Tiersachen. Ihr könnt sie füllen mit Futter, wenn ihr welches rumliegen habt. Ihr könnt sie jederzeit auch füllen mit Minenartikeln, wenn ihr da noch Ärzte davor liegen habt. Was ja auch ganz, ganz viele haben, weil die Ärzte einfach nirgends mehr hingehen und man total überläuft. Oder ihr geht einfach ein paar Ärzte, ja, Ärzte, ihr geht ein paar Ärzte. Das ist gut. Nein, Ärzte kriegen wir da noch nicht. Mein Gott, wahrscheinlich wären die besser als die echten. Ein paar Ärzte geht ihr euch da rausholen und könnt die einsammeln. Also es gibt Wege, die Scheune einigermaßen bequem wieder vollzukriegen. Und Wege, die Scheune leerzukriegen, gibt es selbstverständlich auch. Kennen wir ja. Den Platz müssen wir dann immer wieder freischaufeln, wenn dann das Event da ist und wir die Aufgaben nach und nach einsammeln müssen. Aber mit so ein bisschen Taktik und ein bisschen Planung solltet ihr ziemlich gut durch das Event durchkommen. Und ja, wie gesagt, Schmelzöfen, Angelbereich, deckt die Sachen gut ab. Deckt die Sachen ab, die lange brauchen. Produziert die Sachen, die wirklich, ja, euch ewig Zeit kosten. Wie auch, wo habe ich denn die Maschine? Hier diese Tontopfgeschichten und sowas. Kann natürlich sein, es kommt dann gerade so, dass ihr nicht das Produkt braucht, was ganz oben liegt, sondern eins, dass zwei Sachen dahinter liegt. Dann ist das so. Dann ist das ärgerlich. Aber ihr habt zumindest was getan und habt die Chance erhöht, dass ihr die Aufgabe gleich erfüllen könnt. Genau. Das war es eigentlich schon. Dann hoffen wir einfach mal, dass das Event am Donnerstag wirklich kommt und parallel zum neuen Farmpass startet. Ja, und dann sehen wir weiter. Apropos Farmpass. Da noch ein kleiner, abschließender Tipp. Ihr habt morgen oder besser gesagt heute, es ist ja schon mitten in der Nacht, noch einen Tag Zeit. Der Farmpass läuft noch einen Tag und wir haben aktuell noch immer dreifach Farmpass-Punkte. Die meisten von euch werden sagen, so what, mein Farmpass ist seit Ewigkeiten fertig. I got it. Aber ihr habt vielleicht eine Babyfarm. Und eure Babyfarm spielt den Farmpass vielleicht regulär nicht. Was Sinn macht, weil auf Babyfarm den Farmpass zu spielen, ist immer so ein bisschen... Aber durch diese dreifach Farmpass-Punkte bringt euch aktuell jede Aufgabe 255 Punkte. Das heißt, ihr müsst lediglich fünf Aufgaben erfüllen, um den Farmpass zu beenden. Ihr kriegt auf jeden Fall ein paar Tools hier ganz am Anfang. Wir gehen mal schnell nach vorne. Ihr kriegt hier ein paar Tools mit, die ihr dann... Also hier natürlich nicht, aber auf den kleinen Farmen ist es so. Kriegt ihr noch ein paar Tools mit, die ihr auf jeden Fall gebrauchen könnt, die ihr für die große Farm vielleicht auch hergeben könnt. Wir können das mal eben... Ich kann das mal in meiner kleinen Babyfarm zeigen. Ich nehme irgendeine. Warum sind die blockiert? Das gefällt mir nicht. Wir wechseln trotzdem mal. Warum sieht das so komisch aus? Okay, merkwürdig. Er zeigt das Level nicht an. Ich habe die heute alle nochmal hochgebracht. Und wenn ich mir hier so eine Level 46er dann zum Beispiel anschaue... Was hat die? Ah, das war ein ganz schlechtes Beispiel. Ganz schlechtes Beispiel. Wir müssen niedriger gehen. Real Chiara kann das. Das weiß ich. Die kann es. Da war ich heute drin. Ja, genau. Das hier ist besser. Also bei diesen ganz kleinen Farmen, selbst da lohnt es sich. Ihr kriegt ein paar XP und ihr kriegt hier einfach Nägel, Schrauben, Nägel, Klebeband, Bolzen, Bretter, Klebeband, Schrauben. Also einfach schon ein paar Materialien, die ihr super gut gebrauchen könnt. Und die Aufgaben sind verhältnismäßig simpel. Also ich habe heute Aufgaben erledigt, wie 15 Mal helfen. Ja, dann stelle ich mir von der Hauptfarm was zur Verfügung. Oder was war es noch? Was an Farmbesucher verkaufen. Ja, Himmel, Herrgott. Dann verkaufe ich... Nein, das nicht. Dann verkaufe ich dem hier vielleicht ein paar Karotten. Das ist mir wurscht. Das mache ich dann einfach, bis die fünf Mal da waren. Oder fünf Kisten öffnen. Das kann einen kleinen Moment dauern, ja. Aber es ist kein Problem, die Aufgabe zu erledigen. Und solche Aufgaben könnt ihr auf euren Babyfarmen dann morgen noch machen. Am letzten Tag des Farmpasses. Da habt ihr noch die Gelegenheit. Und euch da einfach noch ein paar Sachen mitnehmen, wenn ihr wollt. Mit relativ wenig Aufwand. Und relativ schnell erledigt, wenn ihr ein bisschen Glück bei der ganzen Sache habt. Ja, das war es jetzt aber auch. Und jetzt entlasse ich euch in die Nacht oder in den Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum Event. Wenn das Event kommt, komme ich wieder. Bye-bye.